Enttäuschung ist groß. Erste Halbzeit waren wir klar besser. 40 Minuten Gas gegeben. Wir hatten unsere Chancen gehabt. Wir hatten das 2-0 auf dem Fuß, aber leider hat es nicht gelangt. In der zweiten Halbzeit war Waldorf klar besser. Viele lange Bälle. Unsere Abwehr hat sehr gut gestanden. Nichtsdestotrotz haben wir eine Unkonzentriertheit hinten in der Abwehr gehabt. Letztendlich haben wir das 1-1 kassiert. Enttäuschung ist sehr groß. Wir hätten uns die drei Punkte gewünscht. So wie Fußball nun mal ist. Ein Glücksspiel. Waldorf ist eine offensiv starke Mannschaft. In deren Schwächen ist eher die Abwehr. Man hat gesehen in der zweiten Halbzeit, die haben viele lange Bälle geschlagen, haben unsere Abwehr nach hinten gedrängt und am Ende haben wir nach dem 1-1 gebettelt. Wir haben einen Punkt geholt. Ich bin jetzt nicht traurig, aber besser als null Punkte. Was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.